Wie ihr wisst, bin ich selber Politiker. Ich möchte mir heute aber ein paar Tipps abholen, wie ich E-Sportler werden kann. Und da nehme ich euch heute mit. Ich wähl' E-Sportler werden. Hast du mir da Tipps? Durch deine Skills, dich selber beweisen im Spiel. Viel Training wahrscheinlich auch, oder? Boah, kommt drauf an, wie viel natürlichen Skills du hast. Haha, okay, ist verzeuert. Ich sag dir, du musst gar nicht mal selber gut spielen. Okay, ich muss einfach faken. Also, du spielst nur Online-Turniere und du machst es so, dass du halt wen hast, der quasi für dich spielt. Und du zeigst halt mal so deine Facecam. Machst so, oha, Mann, was für ein großer Schlag. Hab ich auch so gemacht, jahrelang. Ich hab grad in den Check geschaut. Wird's E-Sportler werden, oder? Mein Bruder hat da mehr Ahnung. Dein Bruder hat mehr Ahnung. Wer ist das? Er? Ich will E-Sportler werden. Hast du mir da Tipps? Nee, gar nicht, leider. Also... Der kann ich dir wirklich gar nicht helfen. Okay. Erstmal würde ich versuchen, mich in irgendeinem Spiel, in dem du halt E-Sportler werden willst, in der Rangliste relativ weit nach oben zu kämpfen. Vielleicht auch von selber Teams auf dich aufmerksam werden. Wir haben hier doch so ne Meisterschaft irgendwie. Farm Simulator. Ich bin Simulator-Fan, aber nicht so Farming. Nicht? Nee. Das du bist! Aber... Man will ja selber auch gut sein, oder? Jaaaa... Na jaaaa... Na jaaaa... Darf ich nicht einfach drücken? Ja, komm her! Wie heißt du? Ich bin Max. Max, ich bin Ronny Berger. Hey! Lass dich nicht ablenken, ich hab ein paar Fragen während du fährst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du hier gerade? Äh... Spiel! Ich möchte E-Sportler werden. Hast du wieder Tipps? Äh... Ja, die richtige Ausstattung. Und was noch so? Vielleicht ein bisschen Talent. Also Talent und Lenkrad. Jaaa... Das ist die richtige Einstellung. Also zusammenfassend lässt sich sagen, E-Sportler müssen unglaublich viel Zeit investieren. Und E-Sport ist auch wirklich ein Sport. Ich versuche mich hier gerade mal an ins Spiel, um ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass E-Sport gefördert wird. Ich muss das natürlich für die Arbeit tun.